Ich fand die Party am allergeilsten. Also der Weißwein auf der Messeparty war es bestimmt nicht. Ja, das Highlight ist für mich auf jeden Fall das Eurozis-Forum gewesen. Spannende Vorträge, spannende Leute, spannende Projekte und ich freue mich schon auf nächstes Jahr. Die Leute an der Eurozis waren sehr interessant. Auf der Messe hat mir am besten die ganze Messe-Logistik gefallen. Da kann man so schnell und so schön reinfahren, wird so schnell registriert und alles. Das geht so schnell. Auch der Aufbau mit dem Fun-System total super. Die Eurozis in diesem Jahr zeichnen sich besonders so schöne Menschen aus. Great Fair, big party and lots of new contacts, so we'll be back. Ja, also bis jetzt war die Messe für uns ein sehr erfolgreiches Unterfangen, muss ich sagen. Hier sind sehr viele interessierte Kunden. Bisher sehr erfolgreich, denke ich. Wir haben gute Kontakte gemacht. Alle Trends, die der Handel betreffen, sind hier präsent. Optimal Möglichkeiten, sich auch nicht nur Hardware, sondern auch Lösungen mit anzuschauen. Das interessiert mich hier besonders. Solche Themen wie Cross-Channel, Mobile Payments sind, glaube ich, die Trends der Messe. Und es gibt ja einen breiten Eindruck, sich zu informieren oder auch als Aussteller präsent zu sein. Ich finde das gut. Also, ich bin sicher Cosions. Ich bin sicher. Ich bin sicher. булен's Spiel. Wir haben måste Sule. Du bist mir nichtかった.